Willkommen zu einem neuen Flash Game, ähm, ja, New Super Mario World 3. Mir wurde noch ein weiteres vorgeschlagen, das wollte ich aber zu Halloween spielen. Da ich aber Halloween weg war, ging das leider nicht. Und, ja, okay. Ich seh da jetzt schon... Ich muss jetzt wieder mein Laptop hier dingsen, weil er wieder heult, weil er keinen Akku hat. So. Okay. Sieht schon mal crazy aus, die Musik ist auch ein bisschen crazy. Das ist scheiße, dass es keinen Ton oder so gibt, wenn man springt oder die Münzen aufsammelt. Ich bin sicher, wenn ich eins davon berühre, bin ich tot. Oh, shit. Okay. Okay. Sorry, Super Mario 64 gemixte Musik. Das gefällt mir. Ich habe Super Mario 64 mal vor Ewigkeit. Let's play. Okay, ich kriege irgendwie einen Schaden. Kann ich da mal hoch? Und schon nicht. Was hat das jetzt gebracht? Ah. Okay. Da oben ist jetzt bestimmt was. Okay. Keine Töne, nur die Musik. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten gefällt mir das hier doch richtig gut für ein Flash Game. Das ist ein bisschen bedenken für ein Flash Game. Hier hätte man vielleicht noch irgendeinen Gegner oder so hinpacken können. So wie da. Wo ist ich jetzt zurück? Kein Bock. Okay. So. Aber es ist möglich, hier zurückzukommen, ohne Schaden zu nehmen. Und wenn ich einmal Schaden nehme, ist es glaube ich nicht so schlimm. Ja, das ist machbar. Und hier einfach laufen. Holy shit. Okay, ja, hier gibt es wirklich Weiße. So. Etwas verförend, der Levelaufbau. Ja, man muss hier immer hin und her laufen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Das ist mal was anderes. Die Idee ist cool, aber ich finde es irgendwie nicht so gut gelöst. Weil die Stelle hier doch ein bisschen langatmig ist, wenn man sie eben auf den Himmelhaut. Und den immer wieder machen muss. Und da muss ich bestimmt rein. Ja. Au. Verdammt. Was passiert denn, wenn ich sterbe? Okay. Ich muss acht rote Münzen sammeln. Okay. So, ob ich zur ersten komme, weiß ich glaube ich. Wird der Sprung da funktionieren? Komme ich so hoch? Ich soll mir erst mal hier eingekommen. So. Ich finde den Mix ein bisschen komisch. So mit dieser E-Gitarre. Mann, spring doch. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Meine Frisse, spring. Spring doch. Oh Gott. Es geht. Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ich hätte es eh weitermachen müssen. Weil es ist ja kein, ja, es gibt hier keinen anderen, äh, keinen anderen Weg, was zu lösen. Und, joa. Okay. Verdammt. Ah, so. Hier hält er hoch. Meine Güte. Mann. Alter, was ist los mit dir? Ohne Witz. Was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Vier von acht. Okay. So. Hier hoch. So. So. Darf ich jetzt? Danke. Alter. Also. Um das zu schaffen, da kriegt man bestimmt dann nur Coin für. Wenn nicht, wäre das ein bisschen dumm. Ja, da ist sie ja. So, da ist, da oben ist die siebte. Aber wo zum Teufel ist die achte? Da links bestimmt. Und dann komme ich zur achten. Boah, das Level war auch okay. Ich finde das hier nur alles ein bisschen komisch. Hm, zum Beispiel die Musik. Deshalb ist es okay. So. Okay, hier wieder runter. Oh, okay. Und acht von acht. Ich muss immer noch irgendwo irgendwas inpacken können. Kommt eine sonst so ein bisschen leer vor. Ja, generell sind ja gar keine Gegner hier. Hier müssen wir einfach nur springen. Das ist auch nicht so gut. Das ist dann schon ein bisschen blöd. Hier kann ich hoch. Und rein hier. Und rein hier. Okay, jetzt muss ich einfach dein Level abschließen. Was ist denn hier? Hier sind irgendwie unsichtbare Wände oder so eine Scheiße. Ja, das können zeichnen irgendwie die Röhren. Aber was weiß ich, was hier los ist. Ist das jetzt die Röhren ernst? Oh, nö, ey. Kann ich nicht zurück? Wird dann halt nicht schnell. Was ist denn hier? World 3 complete. Was? Okay, das war das Flash Game. Das war New Super Mario World 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.